Ja, dann gucken wir uns doch erstmal das hier an. Da liegt eine Notiz auf dem Sofa. Ich warte in Bar Nelis. Okay, das war's schon. Ja, Speicher brauchen wir jetzt auch nicht. Äh, James, wie kann man raus? Hallo? Ah, nee. Hallo, wie komm ich denn hier raus? Mann. Da unten lag so ein Erste-Hilfe-Ding. Oh, manchmal hasse ich das aber auch. Steht direkt davor? Und nimmt's trotzdem nicht. Schrotpatronen auch immer gut. Ja, also hier scheine ich auch richtig zu sein. Ah! Oh mein Gott, fuck you. Da liegt aber irgendwo was. Da. Los, heb's auf. Bevor das... Oh, oh, oh. Lass mich in Ruhe. Doofes Ding. So, bin ich hier. Da geht's nicht weiter. Okay, ich guck mal, wenn ich nicht am besten an der Kreuzung bin, guck ich auf die Karte. Hier konnte man doch auch rein. Oder? Bilde ich mir das ein? Aufheben, James. Ja doch, jetzt findet man ganz schön viel. Aber ich will da rein. Konnte man da echt nicht rein? Oh, hier ist wieder eine doofe Krankenschwester. Und ich muss jetzt erst mal gucken, wo ich bin. So, da ist die Bar. Da bin ich gerade dran vorbeigerannt. Ja gut, dann gehen wir da nochmal eben hin. Ich hoffe, ich finde da jetzt den Eingang. Ist das hier? Nein. Da liegt auch noch was. Aber da ist zu... Ja genau, hier ist so ein Seiteneingang. Und was haben wir da Schönes? Ah, da steht was. Da steht was. Wir lesen erst mal das hier. Wenn du Mary wirklich sehen willst, dann solltest du einfach sterben. Aber James, du gelangst vielleicht in einen anderen Ort als Mary. Okay. Hier war ein Loch. Jetzt ist es weg. Ja. Was kann das nur bedeuten? Sehr mysteriös. Irgendwie müssen wir jetzt... Schrei doch nicht so. Wir müssen jetzt... Da hin und dann gleich links. Dann halte ich mich auch schon mal links. So weiße Autos. Ähm. Ja. Hier? Wo muss ich hin? Ah, jetzt weiß ich auch... Ja, genau. Oh, das habe ich irgendwann mal... Da habe ich das gespielt und habe ich das hier total übersehen. Das war auch dumm. Kommt man nämlich nicht weiter. Ein Brief. Oder vielleicht bist du ein Narr. Die Wahrheit verrät die Menschen im Allgemeinen. Ein Teil dieses Abgrunds ist in der alten Gesellschaft. Der Schlüssel zur Gesellschaft liegt im Park. Zu Füßen der betenden Frau unter der Erde in einem Kasten. Um ihn zu öffnen, brauche ich einen Schraubenschlüssel. Mein Patient hat ihn dort vergraben. Ich wusste es, aber... 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 Habe aber nichts unternommen. Ich war beunruhigt, so ein Ding in der Nähe zu haben. Ich suchte nicht nach der Wahrheit. Ich suchte nach Ruhe und Gelassenheit. Ich habe auch dieses Ding gesehen. Ich floh, aber das Museum war auch abgeriegelt. Jetzt wagt niemand mehr, sich diesem Platz zu nähern. Wenn du immer noch weitermachen willst, James, dann bete ich zu Gott, dass er deiner Seele gnädig ist. Ja, dann nimm auf jeden Fall den Schraubenschlüssel mit. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das hier richtig ist. Okay, Blut. Sind wir da, wo wir am Anfang waren? Ich weiß es nicht. Oder warum ist jetzt Blut? Da, mitnehmen, mitnehmen, James. Nochmal, mitnehmen. Oh ja, hier waren wir am Anfang. Ähm, ja, ich renne einfach doof rum, bis ich an den Abgrund komme. Super geil. Ach nee, das war in Silent Hill 1, wo man hier so rüber konnte irgendwo. Ja, dann muss ich doch noch mal gucken. Also ich muss jetzt erst mal in den Park. Dann gehe ich doch mal durch die Straße da. Ja, okay. Und im Park ist dann irgendwas vergraben, was ich mit dem Schraubenschlüssel, was ich die Kiste mit dem Schraubenschlüssel aufkriege. Das ist auch gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Es ist einfach runtergefallen. Oh, scheiße. Oh, lauf schneller, James. Ich hab das Gefühl, ich bin total falsch. Karte. Ja gut, dann versuche ich das jetzt da hinten hoch. Boah, wenn das nicht geht, dann weiß ich nicht wohin. Boah. Mein Gott, manchmal stehen die aber auch so doof, dass man nicht weiß, ob das ein Monster ist oder irgendwer anders. Oh, ein weißer Lieferwagen. Oh Mann, wo bin ich? Da steht wieder einer. Ich trau mich auch schon gar nicht mehr, hier am Rand zu laufen und irgendwas einzusammeln. Ich lauf lieber. Oh Gott, ne Leiche. Oh. Okay. Hier bin ich definitiv falsch. Ja. Ähm. Okay. Also ich kann da nicht her. Irgendwo muss ich hin. Ich muss zum Park. Oh, da kann ich da diese Munson Street, diese ganz links. Ja, das versuche ich jetzt nochmal. Ja, ja, ich kriege ich mich nicht. Ach. Oh, was liegt denn hier immer? Ich hab Angst. Bin ich jetzt auch richtig? Ja. Aber das wird nicht funktionieren, glaube ich. Da her zu gehen. Hm. Geh weg. Doch, ich glaub, das ist richtig. Ich muss irgendwann durch so ne komische blaue Tür. Das könnte hier sein. Ja, ich wusste es doch. Und da steht was. Das lesen wir erst. Die Tür, die in Dunkelheit erwacht und sich in Albträume öffnet. Ja, ja. Geh rein. Na gut, so ne schlechte Orientierung hab ich jetzt doch nicht. Es war im Apartment schlimmer. Ich kann mir immer vorstellen, wohin. Nur das dann umzusetzen ist schwer. Kamera. So, jetzt zum Beispiel muss ich wieder gucken. Hm? Ach so. Okay, aber ich geh erstmal noch die Straße hier weiter. Also, vielleicht gibt's da noch was Tolles. Außer Monster. Nein. Nichts. Nichts. Hier, auch nicht. Im weißen Auto. Wow. Oh, diese Geräusche. Das ist so ätzend. Ha. Ich wusste doch, hier ist noch irgendwo was. Hm. Okay. Ich bin immer noch geschockt von dem Monster, was da einmal runtergefallen ist. Oh, ne. Das war übel. Ja, ja. Geh, du doofe Krankenschwester. So, und hier, mitten auf den Straßen von Silent Hill, muss ich nochmal eben einen Schnitt machen. Ich bin immer noch mehr, das ist mir immer noch im Schaden. Und da. Ich bin immer noch etwas.